Augen auf und hören zu wir sind wieder bei der Stelle ich bin hier mit der Verletzung und ich mit Zerfrau und ich habe gleich mal versuchen ob ich die Nummer ausführen loslos auf ein Übungskampf doch nicht das ist natürlich super ich kann kein Übungskumpen du musst morgen stellen finden und die eine Waffe holen aber das ist ja noch was ich übersehen weil ich hab irgendwie noch was gekriegt heilige Scheiße soviel ist zu sitzen überhaupt nicht okay also so Führer Halleluja aber mit uns nicht die Sau wir haben viel zu wenig Gold ich möchte wir müssen relativ zügig an das Geld für den Karten kommen sonst Prozent ja dabei ist uns nähe sind Prozent können wir die nicht holen und ich finde es ist schon eine kleine Schande Bist du dir sicher, dass es da lang geht? Da geht es auf jeden Fall schon mal lang. Ich weiß bloß nicht, ob das da nicht in dem Weg ist. Oh. Oh, ältere Schülerin. Es kommen nicht viele Leute hier vorbei. Möchtet ihr nicht mitmachen? Wir beide könnten gehen. Okay. Natürlich, mach mal. Ich hätte mich heilen können. Halleluja, hast du die weggefetzt. Die haben mich das nie zu Ende machen lassen. Ich hätte nie gedacht, dass wir gewinnen. Aber es war eine große Ehre. Wir müssen jetzt gehen. Lächeln der Berg. Gut, wir haben zumindest ein bisschen WXP von denen abgegriffen. So, wo geht es hier noch weiter? Wieder zurück zum Platz. Ah, okay. Das ist also ein anderer Weg. Gut, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass dahinten... ... noch mal die Dämpfekarte weg. Da. Nochmal so ein Löwe. Äh, aha. Ein Kino. ... noch mal die Dämpfekarte weggefahren. Oh, cool. Und jetzt? Okay, dann... Hey, wir könnten den Löwenkopf jetzt auf den Altar legen. Ich glaube, das ist... ... das ist die Lösung des Rätsels. Wir kriegen eine Silbermütze, um den Löwenkopf zu holen und wohl oft zu tun. Das ist das Tor zugemacht. Schweinehunde. Weil wir angegriffen werden. Vielleicht braucht man nicht. Nö. So, Löwen... Und... Ich nehme einfach mal rot. Und ich nehme einfach mal rot. Gut, dann... Und jetzt... Nichts. Und jetzt wieder wegnehmen. So, gelb wegnehmen und blau. Schön. Yay. Cool. Sehr schön. Blick des Löwen. Ah ja, das ist... Das ist eine besondere Kleinigkeit. Äh... Ah, da ist es zurück. Na, Techniken. Plus 2 plus 2, gar nicht so schlecht. Ah, gesunde Ah, das sind... Ah, das sind... Ah, das sind... Ah, das sind... Ah, das sind die immer aktiv. Genau, das sind passive Techniken. Oh, cool, immer. Ich bin immer noch gewohnt von Stick of Truth, dass man rennt in dem Ende der Tatsache zeigt. Aber wir denn immer... Was sehr praktisch ist. So, jetzt kannst du ja endlich mal gucken, ob du irgendwo... Unser Morgenstern... Die kleine... Die kleine Mini-Mail ist noch ganz gut, denke ich. Aber die größere Energie verteilt dann doch mehr ein Blick. Ja, da hinten ist nochmal unser Quaschpunkt. Das Morgenstern ist wieder der geringere Gau, ja. Was ist los, Morgenstern? Habt ihr Angst, dass Meister Liebers merken könnte? Oh ja, unbedingt. Vanditen sollen sich dem Dorf nähern. Und ihr belästigt mich mit euren... Sein Name ist Gau, der Große. Und er hat mit ein paar zerlumpten Dieben und Sklavenhändern ein... Es beeindruckt mich überhaupt nicht, wenn ihr mit dem unverdehnten Reichtum eures Vaters brotzt, Gau. Hm. Ich hoffe doch sehr, dass ich störe. Das ist sehr gut. Ihr macht euch an, was euch nicht zusteht. Sie und ich... Vielen Dank, Gau. Aber mein Verderben suche ich mir lieber selbst aus. Jetzt geht. Das werde ich nicht vergessen morgen. Und ihr ebenfalls. Ihr werdet nicht allen Ruhm ein... Blablabla, Mr. Freeman. Er tut so ein Stünder, der Übermeister ließ werden. Reichtum, macht gut. Äh, wir wissen Bescheid, blablabla. Wir können natürlich, wenn wir sie ausfragen und alles dann irgendwie überbeschüttelte Beziehungswege mit ihr was anfangen. So ein Scheiß. Ach du Scheiße. Ja, das ist eines von diesen Spielen. Tja. Was sind das für merkwürdige Banditen? Das sind Silben, keine Namen. Lisi, Parten, Miatou. Hm. Ich glaube, wir sollten wirklich nicht durch alles durchgehen. Ja. Äh. Mir gefallen eure schlechten Gefühle. Mach halt über ein Maß. Zu etwas, ich bin sicher. So. Du, ihr wollt mich, du repeat das Schild. Wunderbar. Wir haben eine Gefährtin geil. Ah, ja, so geht's Pause. Und. Was? Ah, cool. Landschmerz. Können wir sie langsperrt und unterstützen, können sie ins Kiezer geben. Cool. Was sehr nützlich ist. Ja. Und wieder ein paar EP holen. Und was macht das denn? Das ist ein Manipo, glaube ich. T-Becken. Wenn es nur so einfach wäre. Was? Und das ist ein Fokus-Schrein. Ah. Wie ging das jetzt? Dass man sich heilt? Ich weiß es nicht mehr. Die linke Taste hier oben. Ah so. Ein bisschen. Ah, sie haben uns gerade einen wichtigen Hinweis gegeben. Was? Nettes kleines Dorf habt ihr hier. Nicht viele Wachen stehen. Ich weiß es nicht. Warum stellt ihn? Dieses Dorf ist nicht gut bewacht. Los. Ihr habt recht. Lohnt sich. Na warte. Oh, leck. Alter. Das zahlen wir in den Heim. Okay, das ging nicht so gut. Ja, ich sage ja, wenn sie... Ha. Oh. Ah ja, Key. Bam. Oh, ja, im Fokus-Modus. Unglaublich, dass sie schon hier sind. Schnell, wir brauchen eure Waffe. Das ist irgendwie gerade komisch. Hilfe! Was zu Ende habe ich getan? Hast du irgendeine Taste gedrückt? Hier sitzt der Schock so in den... Ähm, nein. Das ist mir auch neu. Wir haben uns verfrankt. Wir haben ihn getötet. Sekunde, das sollte nicht passieren. Nein. Überhaupt nicht. Ohm. Mach mal zur Schule oder so. Ich versuche es. Aber es ist gerade auch nicht unbedingt direkt. Es ist irgendwie invertiert. Lass mich mal schnitzen. Was? Ja. Was, Susu? Man soll es den Kontrollen schon nehmen. Ähm. Geil, es ist tatsächlich total invertiert. Tiert. Äh, es ist mir noch nie passiert. Ja, wir beenden das Spiel und sind gleich wieder für euch da. Hm. Das seltsame Scheiße ist seltsam. Gut. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Und... Ah, shit. So, ich hoffe, das hat jetzt gekriegt. Funktioniert? Ja, zumindest wahrscheinlich. Okay, das sind wir wieder. Ich mache noch mal schnell die Hände. Gibt es auch kaputt. Gut, macht das. Dann machen wir ein, das sind die Bedeutung. Ah. 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 Okay. So, dann müssen wir... Halt! Was wollen die Begrüßungen wieder da? Ach, Mann, ich will nicht mit denen reden. Ja, ich meine, das sind wir wieder in Zeit auch. Ja, wir wollen die von euch einfach ausgeschnitten, oder? ja deshalb sollten wir ein Hallo sagen also hallo das sind wir wieder ja wir haben es gelöst ja wir haben es neue Stadt und jetzt funktioniert wieder wunderbar ok hallo ich will dich auch da gibt es auch hören jetzt müssen wir die erste wichtige Entscheidung fällen naja Warnung St Halt's Maul Prozent ja bitte bitte warum spricht ihr immer ja und du kleine Dorfschmied kannst es gerade aber wenn es euch lieber ist ich muss nicht um ja ja nicht ich habe euch gestern beim üben mit dem neuen Schwert beobachtet das ist eine große Ehre wunderbar dass ihr als kleines Kind mit Meistern ich wisst dass ihr als kleines Kind mit Kessel gefallen seid von Zauert und jetzt hat nie wieder Zauertank bleibt wo er hat meist die diese Dauern interessiert mich nicht ich weiß nicht wo euer Meister sie aufgetrieben hat schön ihr könnt euch entweder mit dem legendären Langschwert Günstling des Glücks bewachen Schwert oder Stab oder mit dem berühmten Stab Goldstern wie oft hat man in dem Spiel die Gelegenheit mit einem Stab zu spielen ich bin eigentlich verstarb ja wie man sagt wurde Goldstern als Geschenk für einen Wassergeist geistig ein junger Adeliger überzeugte die große östliche Schlange wunderbare Geschichte mag sein dass sich das jemand nur ausgedacht hat aber der Mann ist enorm erlaubt es auf Distanz halten ist gut ja was macht das Langschwert na gut das heißt dass diese Klinge in der Schmiede von Lächelndes Glück entstanden ist dem Schmied der Götter wurde für seinen Sohn hergestellt wie euer Meister daran gekommen ist ähm hey ja nochmal Goldstern in Stab wir wollen Goldstern wieso verdient was haben wir getan um so eine legendäre Waffe zu verdienen wir sind gut heute gehen damit kommt wieder ich sollte gehen als Mord das nicht gehen da ist ein Fokus von den Nächsten Fokus oh bitte verzeiht Waffenmeister ich wollte nicht okay blablabla beruhigt um wie viele sind wir sind sie denn schon gesundheit wie weit sind sie schon los ich hab ich bin es einfach zur Schule geschickt Goldstiller Land Goldstern sehr schön los fokuss dich auf nur nur wächst man die Wiede nach nur das ist keine Ahnung wenn wir sie dabei haben doch schon ne die muss sie bloß darauf einstellen wenn man die Schrein nach dem Markt die mit Magie macht das kämpft und es ist so cool ich dachte man kann die Schlecke auch nur irgendwie aufladen um ich glaube wenn wir ihn wegschicken dann überlebte das Ganze wenn ich ihn jetzt nicht zu Waffen schick ist er tot was bedeutet das Buch unter ihrem Kopf dass wir ein neues Ding gefunden haben also in diesem Fall jetzt hier den Goldstand er liegt auf 3 und ich weiß wirklich nicht wie gleich so viel ich schätze mal wir müssen uns bei dem Kerl da drüben für eine entscheidender ich hab's bisher immer geschafft auch in die Billigungen ein rechtigen Stoß einsetzt und so funktioniert er hat und und so und so die die das so so die 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 Stab wenn den Stab nach dem Bild verbrauchen Fokus das ist sozusagen bis ins Ballen sind wir für sie stärken die Späne gibt sogar weil ich will nicht zu viel vorwegnehmen zeigen zu einem Pop ich bin mit der Hälfte an den Jungen er kommt am Ufer er ist nicht von dem Platz in der Mitte des Dorfes war dann müsste er mit uns da hoch gerannt um das zu überzeugt ja keine Ahnung hol den Jungen ich hol den Jungen ich glaube du wirst nächstes Mal ein bisschen failen ich werde voll rum failen aber egal wir sehen uns dann in der nächsten Folge tschüss